Was sagt Jesus zu seiner Gemeinde? Ich habe eine Auszeit mit Gott gemacht und war im Gebet und im Fasten mehrere Tage und habe Gott diese Frage gestellt. Gott, was sagst du zu deiner Braut? Was sagst du zu der Gemeinde? Was sagst du zu der weltweiten Christenheit? Was sagst du zu deinem Leib? Während ich so im Gebet und im Fasten war, hat Gott mir einige Botschaften gegeben für sein Leib. Und den möchte ich euch heute weitergeben. Und ich lade dich ein, dass du dein Herz aufmachst und dass du diese Botschaft für die gesamte Christenheit annimmst. Das Erste, was Gott mir gesagt hat, er hat mich geführt in sein Wort und wir haben zusammen das Wort studiert und Gott hat mir die Dinge gezeigt. Und er hat mir gezeigt, wie wir in der Endzeit sind und nach Matthäus 24 und Kapitel 25 mir die einzelnen Punkte gegeben, die ich dir heute weitergeben will. Und ich lade dich ein, dass du mit dem offenen Herzen heute zuhörst. Das Erste ist, seht zu, dass euch niemand verführe, nach Matthäus 24, Vers 5, dass euch niemand verführe oder irreführe. Wir leben in einer Zeit, jetzt gerade mitten in dieser Corona-Zeit, wo viele, viele verschiedene Führer versuchen, deine Aufmerksamkeit zu nehmen. Wo viele versuchen, dein Herz gefangen zu nehmen. Und die Botschaft von Jesus genau für diese Zeit, für seine weltweite Gemeinde ist, seht zu, dass euch niemand verführe. Der nächste Punkt, was Jesus mir gesagt hat für sein Leib ist, erschreckt nicht bei all den Nachrichten nach Matthäus 24, Vers 6. Denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Viele Menschen reden darüber, oh, jetzt kommen wir zum Ende. Das ist das Ende, das ist die Endzeit. Wir leben in den letzten Tagen, aber Jesus sagt, nein, das muss alles so geschehen, aber das ist noch nicht das Ende. Und ganz, ganz wichtig ist, in diesen Zeiten, was Jesus zu seiner Braut sagt, was Jesus zu seiner kostbaren Braut sagt, die er abholen wird, ist, erschreckt nicht. Und das ist die Botschaft, die ich dir weitergeben will. Bitte, bitte, mach dich nicht eins mit diesem Geisterangst. Bitte mach dir nicht eins mit diesem Erschrecken. Wenn du Nachrichten hörst und wenn du von Kriegsgerüchten hörst, von Kriegen oder von Erdbeben oder von Viren oder von Lockdowns, egal was du hörst, bitte, bitte, lass nicht zu, dass in dein Herz ein Schreck reinkommt, eine Angst reinkommt. Das dritte, was Jesus mir gesagt hat, was ich dir damit weitergeben will. Es werden heftige Ereignisse kommen und in verschiedenen Nationen werden heftige Ereignisse zustande kommen. Und Jesus sagt aber in Matthäus 24, Vers 8, aber dies ist erst der Anfang der Wehen. Manche denken, morgen ist die Welt zu Ende, weil wir die ganzen heftigen Ereignisse haben. Die Antwort von Jesus ist nein. Das ist erst der Anfang der Wehen. Es ist so wie bei einer Geburt. Bevor die Geburt kommt, gibt es Wehen und die werden immer stärker, immer heftiger. Und so leben wir in einer Zeit, gerade jetzt, wo heftige Ereignisse in verschiedenen Nationen gesehen werden. Wir hören es in den Nachrichten, wir kriegen es mit in den Sozialmedien und die heftigen Ereignisse nehmen zu. Und Jesus sagt hier, aber das ist erst der Anfang der Wehen nach Matthäus 24, Vers 8. Und ich lade dich ein, dass du die biblische Auslegung hast und nicht die weltliche Auslegung von der Zeit, in der wir leben. Und ich glaube, wir leben hier in diesem Anfang der Wehen, aber die Wehen kommen schnell. Und ich lade dich ein, dass du die Zeichen der Zeit erkennst. Jesus spricht in Matthäus 24, Vers 9 und 10 heute auch zu dir. Viele meine Kinder werden in Bedrängnis überliefert. Viele meine Kinder werden getötet. Von allen Nationen gehasst, um meines Namens willen. Oder verleitet werden, werden Anstoßnehmer ärgern. Die Botschaft, die ich dir hiermit weitergeben will und den persönlichen Ratschlag ist, bitte, bitte, lass dich nicht verleiten. In diesen Zeiten, wo wir jetzt sind, bitte lass keinen Anstoß nehmen an deinem Herzen. Und auf gar keinen Fall lass dich ärgern. Lass nicht zu, dass in deinem Herzen ein Ärger reinkommt, eine Ablehnung, eine Emotion, ein Gefühl, dass du dich ärgern lässt da drin. Das ist der Punkt, den der Teufel versucht, im Leib Jesu hervorzubringen. Und was Jesus schon vorhergesagt hat, vor 2000 Jahren und was er heute dir wieder in Erinnerung bringt, bitte, bitte, lass dich da nicht ärgern. Jesus sagt, dass viele seiner Kinder werden einander überliefern. Wir kommen in eine Zeit hinein, wo Bruder gegen Bruder, Schwester gegen Schwester, Kind Gottes gegen Kind Gottes einander überliefern oder einander hassen. Und die Anweisung Jesu ist, bitte, bitte, lass es nicht zu. Lass nicht zu, dass du aus der Liebe herausspringst, herausrutscht, sondern bleib in der Liebe drin. Der fünfte Punkt, den Jesus mir gegeben hat für die gesamte weltweite Gemeinde und was ihm sehr wichtig ist, er sagt in Matthäus 24, Vers 11, viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen oder viele irreführen. Ich möchte dich ermutigen, pass auf, wen du anschaust auf YouTube. Pass auf, wen du in deinen Ohren reinlässt, wen du in dein Herz hineinlässt. Pass auf, wem du zuhörst und wer reinsprechen darf in dein Leben. Jesus sagt, in den letzten Tagen, und wir leben in diesen letzten Tagen, werden viele falsche Propheten aufstehen. Es geht nicht um die Botschaft, es geht um den Botschafter. Bevor du jemandem zuhörst, prüfe bitte die Person, der du zuhörst. Und nicht die Botschaft ist entscheidend, sondern der erste Schritt ist der Botschafter. Und Jesus sagt, dass hier in den letzten Tagen werden viele falsche Propheten aufstehen und wir leben in diesen Zeiten. Und wir erleben das in den sozialen Medien, da wo wir sind, falsche Propheten stehen auf und werden viele verführen. Und ich bitte dich von Herzen, bitte prüft diese Propheten, bitte prüft dich. Es geht um dein Herz. Es geht darum, ob dein Herz sich verführen lässt oder irreführen lässt in eine andere Richtung. Die Herausforderung bei den falschen Propheten ist, sie sprechen richtige Dinge, aber sie verführen dich in eine bestimmte Richtung. Die falschen Propheten sind ja nicht falsch, weil sie falsche Dinge sagen, sondern weil sie richtige Dinge sagen. So wie der Teufel in der Wüste, er zitiert Gottes Wort. Er sagt ja richtige Dinge, aber die Motivation ist in die falsche Richtung. Und ich lade dich ein, das ist ein dringlicher Botschaft von Jesus für seine Gemeinde. Bitte, bitte, lasst euch nicht verführen, denn falsche Propheten werden aufstehen. Und ich lade dich ein, dass du prüfst, wen du anschaust, wen du in dein Herz lässt, wem du zuhörst. Und das sagt Jesus hier in Matthäus 24, Vers 11. Der nächste Punkt, den Jesus mir gegeben hat für sein Leib, den ich dir weitergeben will, ist, die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Die Gesetze werden geändert, die Werte, die biblischen Werte werden abgesägt. Dinge werden gelehrt in den Schulen oder in den Kindergärten oder durch die Medien. Und Jesus sagt hier, dass die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird. Es wird viel werden. Und dann sagt er die Folge in Matthäus 24, Vers 12. Die Liebe der meisten wird erkalten. Wenn die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in den meisten erkalten. Ich bitte dich von Herzen, meine persönliche Bitte, lass nicht zu, dass die Liebe erkaltet. Egal wie die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, egal wie die Menschen reagieren, egal wie die Umstände sein wird, lass bitte auf gar keinen Fall zu, dass deine Liebe erkaltet. Lass die Liebe deines Herzens immer, immer, immer auf Jesus fixiert sein und immer auf den König fixiert sein. Und ich lade dich ein, dass das, was Jesus sagt, dass die Liebe der meisten erkalten wird, dass es in deinem Herzen nicht zustande kommen wird. Sondern, dass du das machst, was das Wort sagt in 1. Korinther 14, Vers 11. Strebe nach der Liebe. Entscheide dich für die Liebe. Nimm die Liebe in dein Herz hinein und entscheide dich jedes Mal, egal wie die Leute dich fertig machen, egal wie die Umstände sind, egal wie die Verführung ist, dass du niemals aus der Liebe herausspringst. Am Ende bleiben drei Dinge. Wenn die Zeit auf dieser Erde zu Ende ist, bleiben drei Dinge. Und die drei Dinge sind Glaube, Hoffnung, Liebe. Und die Liebe ist die größte. Alles, was du aus der Liebe gemacht hast, alles, was du aus Glauben gemacht hast, alles, was du aus der Hoffnung gemacht hast, das wird bestehen bleiben. Alles andere wird weggehen. Diese drei Dinge bleiben. Und ich lade dich ein, dass du niemals in deinem Leben aus der Liebe rausspringst. Bitte, 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 halte die Liebe fest. Wenn du die ganze Botschaft, die ich jetzt gerade sage, nicht annimmst, ist nicht schlimm, aber diese eine Sache nimm bitte an. Halte bitte die Liebe fest. Bleibe in der Liebe. Dann sagt Jesus ein Vers weiter in Matthäus 24, Vers 13. Und jetzt hat er mich erinnert, dass ich dir das heute weitergeben soll. Wer ausharrt bis zum Ende, wird errettet werden. Es geht auf dieser Erde darum, dass wir errettet werden und dass wir die gute Botschaft weitergeben an unsere Nachbarn, Arbeitskollegen, Verwandte, Familie und so weiter. Und für Jesus ist es sehr wichtig, dass du ausharrst, dass du aushältst, dass du durchhältst bis zum Ende. Das Ende ist nicht mehr weit, es ist sehr nahe. Und diejenigen, die aushalten oder die ausharren bis zum Ende, die werden errettet werden. Menschen, die nicht ausharren werden, demnach nicht errettet werden. Und ich lade dich ein, bitte mach das niemals. Ich möchte dich ermutigen, mach das bitte niemals, dass du einfach aufgibst und das Kostbarste, was du bekommen hast, die Rettung verlierst. Bitte, bitte halte aus bis zum Ende. Und Jesus sagt, wer ausharrt bis zum Ende, wird errettet werden. Wenn du Jesus Christus noch nie dein Leben gegeben hast, wenn du noch nie eine Entscheidung getroffen hast für Jesus Christus, lade dich ein, dass du eine Entscheidung heute triffst für Jesus. Es ist ein einfaches Gebet, wo du sagst, Jesus, komm in mein Leben, ich möchte mit dir starten, ich gebe dir mein Leben. Und in diesem Moment startet die beste Zeit deines Lebens, nämlich ein Leben mit Jesus Christus. Wenn du schon eine Entscheidung getroffen hast und du gehörst zur weltweiten Gemeinde, du gehörst zur weltweiten Braut Jesu, möchte dich einladen, das was Jesus sagt, harre aus bis zum Ende, halte durch bis zum Ende, dann wirst du errettet werden nach Matthäus 24, Vers 13. Der nächste Punkt, den Jesus mir gesagt hat, ich möchte diese Bibelstelle direkt vorlesen in Matthäus 24, Vers 14. Das Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen, zu einem Zeugnis. Achtung, und dann wird das Ende kommen. Viele fragen mich immer, wann kommt das Ende? Sind wir in der Corona-Zeit schon am Ende? Sind wir bei diesen ganzen Kriegen schon am Ende? Sind wir in den letzten Tagen? Und das Entscheidende ist nicht, was auf der Welt geschieht. Das Entscheidende ist, was du machst mit dem Evangelium, mit dem Evangelium des Reiches. Jesus sagt, wann das Ende kommen wird. Alle Umstände, alle heftigen Ereignisse der Welt sind nur wen. Denn der entscheidende Faktor, wann das Ende kommt, ist, wenn du das Evangelium des Reiches predigst. Jesus sagt, das Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen, zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Das Ende wird dann kommen, wenn das Evangelium gepredigt wurde, auf allen Nationen zu einem Zeugnis. Und da möchte ich dich einladen, dass du das Wichtigste machst, was es gibt aus dem Herzen von Jesus, nämlich das Evangelium weitergibst. Da, wo du bist. Online, so wie ich es gerade, über den Gartenzaun mit deinen Nachbarn, im Büro mit deinem Arbeitskollegen, beim Einkaufen, egal wo du bist, dass du das Evangelium weitergibst. Predige das Wort, wie du kannst, wenn es sein muss mit Worten, aber am besten mit Liebe. Gib diese Liebe weiter mit dem, wie du bist. Und ich lade dich ein, wenn wir bis zum Ende durchhalten wollen, wenn wir ans Ende kommen wollen, und das wollen wir, wir wollen ja ewig gerettet werden, möchte ich dich einladen, dass du das Evangelium des Reiches predigst, mit allen Methoden, die du hast, mit allen Möglichkeiten, die du hast. Hör auf, irgendwelche komischen Sachen zu posten und fang an, das zu posten, um was es wirklich geht, nämlich um das Evangelium des Reiches. Und hier kommen wir zu dem wichtigsten Auftrag, den die Gemeinde hat. Und Jesus hat mich erinnert, hat mich ermutigt, dass ich dich erinnere, die gesamte Christenheit wieder an den Missionsauftrag. Dass wir wieder zurückkommen zu dem ursprünglichen Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, als weltweite Gemeinde. Nämlich der Missionsauftrag. Und der steht in Matthäus 28, Vers 19 und Markus Kapitel 16, Vers 15, da steht eben drin, Geh hin in alle Welt, predige es auf dem Gehen um der ganzen Kreatur. Wer gläubig geworden ist und getauft worden ist, wird gerettet werden. Geh in die Nationen, machet zu Jüngern, tauft sie, lehret sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Dafür habe ich mich entschieden, in meinem Leben. Ich könnte auch viel Geld machen in der Wirtschaft, ich könnte irgendwelche Hobbys machen in meinem Leben, ich könnte irgendwelche Selbstverwirklichungssachen machen, das wäre auch gar nicht schlecht. Aber ich würde das Wichtigste verpassen in meinem Leben und das Beste verpassen in meinem Leben. Nämlich als ein Botschafter des Evangeliums zu leben. Ich habe mich entschieden, mein Leben dafür zu geben, für das Evangelium. Meine Zeit, meine Kraft, meine Energie, meinen Urlaub. Ich lade dich ein, dass du mal in deinem Urlaub eine Missionsreise machst. Und deine Zeit und dein Geld und deine Energie für das gibst, was Jesus uns gesagt hat, was wir tun sollen, nämlich den Missionsauftrag zu erfüllen. Und ich lade dich ein, dass du das Evangelium wieder predigst, dass du bereit bist, in deinem kleinen Rahmen oder im großen Rahmen das Evangelium zu predigen. Und das ist der Auftrag, den Jesus gegeben hat. Und das ist mein Auftrag, dir das wieder zu sagen. Wenn du jetzt hier ein Gemeindeleiter bist, ein Pastor, ein Leiter einer Kleingruppe, Hauskreis, was auch immer, lade dich ein, deine Gruppe da hinein zu führen. Wieder zu dem Herzen des Missionsauftrages, den Jesus uns gegeben hat. Der nächste Punkt, den Jesus mir gesagt hat, ist das Wort Wachet. Wacht. In Matthäus 24, Vers 42 steht drin, Wachet. Genau in diesen Zeiten, in denen wir da drin sind, dürfen wir nicht eingelullt werden in die Umstände, passiv werden, sondern genau jetzt müssen wir wachen. Was bedeutet dieses Wachen? Für Jesus ist es so wichtig, aber was bedeutet es? Das bedeutet eigentlich im Glauben wandeln oder im Glauben leben oder alles zu prüfen. Alles, was hier abgeht, dass wir das prüfen. Und Jesus fasst es zusammen mit dem Wort Wacht oder Wachet. Das nächste, was sehr wichtig ist, Jesus hat mir gesagt, ich soll dir sagen, sei bereit für die Entrückung. Sei bereit für die Wiederkunft Jesu. Steht in Matthäus 24, Vers 44. Sei bereit für die Wiederkunft Jesus. Ich freue mich, wenn Jesus wiederkommt, dann ist die Zeit hier zu Ende. Aber solange wir noch hier leben dürfen, und das ist ein Privileg, will ich leben und leben in Überfluss haben. Ich will mein Leben geben für den König. Und ich lade dich ein, dass du diese Bereitschaft der Entrückung immer in deinem Herzen festhältst und sagst, Jesus, danke, dass ich bereit sein darf, abzuzwitschern in den Himmel. Genau, ab in den Himmel. Danke, dass du wiederkommst, Jesus. Danke, dass du mich entrückst. Aber solange ich noch lebe, will ich Reich Gottes hier bauen. Bei meinem ersten Himmelserlebnis hat meine eigene Oma zu mir gesagt, Daniel, deine Zeit läuft noch. Gib nicht auf. Und ich möchte dich ermutigen mit diesen Worten meiner Oma. Du hast noch Zeit auf dieser Erde. Solange du noch leben kannst, solange du noch atmen kannst, hast du Zeit. Und bitte verschwende deine Zeit nicht. Bitte nicht. Bitte gib nicht auf. Halte durch. Egal, wie die Umstände sind. Egal, wie dein körperlicher Zustand ist. Egal, wie du verletzt wurdest. Bitte, bitte, bitte. Gib aber nicht auf. Bleib am Herzen Jesu dran. Das ist so wichtig. Und ich lade dich ein. Wisst ihr, die Zeit von König David ist zu Ende. Die Zeit von Apostel Paulus ist zu Ende. Und die Zeit von den ganzen Helden des Glaubens ist zu Ende, die wir in der Bibel lesen. Jetzt ist deine Zeit und meine Zeit. Heute bauen wir Reich Gottes. Ich glaube, wenn Jesus heute auf der Erde wäre, würde er auch YouTube-Videos machen. Er würde auch in sozialen Medien das machen. Weil das etwas ist, wo wir das Evangelium weitergeben. Und ich lade dich ein, dass du in der Zeit oder in der Methode, die du zur Verfügung hast, egal wo, dass du das Evangelium predigst und bereit bist für die Wiederkunft Jesu. Jesus kommt bald wieder. Was Jesus mir noch gegeben hat für seine Gemeinde ist, bleibe treu in deinem Dienst für Gott. Bleibe treu in deiner Bestimmung, in deiner Berufung, denn die verbleibende Zeit ist kurz. Wir haben keine lange Zeit mehr auf dieser Erde. Die verbleibende Zeit ist kurz. Und das steht in Matthäus Kapitel 24 in diesem Gleichnisabvers 45. Und ich lade dich ein, dass du treu bist für Gott in deiner Bestimmung, in deiner Berufung. Denn die verbleibende Zeit, die wir haben, ist kurz und sie wird schnell enden. Und ich lade dich ein, dass du das nutzt und deine Zeit für Jesus gibst. Das nächste, was Jesus mir gesagt hat, ist, sag bitte meiner Gemeinde, sag bitte meiner Braut, dass sie genug Öl haben soll. Also ich möchte hier bitte sagen, achte bitte darauf, dass du genug Öl hast. Was ist dieses Öl? Was bedeutet dieses Öl? Öl ist die Beziehung zu Gott. Die Beziehung zu Gott, das Leben mit dem Heiligen Geist, der Glaube. Das Öl zeigt dieses Bibellesen und diese Beten, die Zeit, wo du in seinem Wort verbringst, im Gebet, in der Gemeinschaft verbringst. Und vor allem in der Gemeinschaft unter Christen. Durch die Corona-Zeit wurde die Gemeinschaft auseinandergezogen die ganze Zeit. Ich lade dich ein, will dich ermutigen darin, dass du diese Gemeinschaft nicht unterschätzt. Die Gemeinschaft ist wichtig. Wir brauchen einander. Und da steht eben in Matthäus Kapitel 25, Abvers 1 in dem Gleichnis, dass wir genug Öl haben sollen. Und ich lade dich ein und will dich ermutigen darin, dass du dein Öl immer bereit hältst, nämlich deine Beziehung zu Gott. Der nächste Punkt ist, achte bitte auf treuen und verantwortungsbewussten Umgang mit deinen von Gott gegebenen und zu verwaltenden Finanzen. Dein Geld hat Auswirkungen bis in die Ewigkeit, dein Umgang mit Geld. Und da steht in Matthäus Kapitel 25, Vers 14 in dem Gleichnis und hier erinnert Jesus dich, dass du bitte verantwortungsbewusst und treu umgehst mit dem Geld, was Gott dir gegeben hat. Jeder von uns hat Geld, manche haben wenig, manche haben viel, manche haben mehr Schulden, manche haben richtig viel. Es ist nicht wichtig, wie viel du hast oder wie du reingeboren wurdest. Das ist nicht entscheidend. Der entscheidende Punkt ist nicht, ob du ein Talent hast oder zwei oder fünf, du wenig, mittel oder viel hast. Das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, wie du mit deinem Geld umgehst, wie du mit deinen Finanzen umgehst und ob Mammon oder Geld dein Gott wird in deinem Herzen oder ob du bereit bist, es verantwortungsbewusst und gut einzusetzen für unseren König Jesus. Da möchte ich dich dafür ermutigen und dich dahin reizen, das zu tun. Der nächste Punkt, den Jesus mir gegeben hat für seine Braut ist, achte bitte auf ein offenes und ein gebendes Herz auch für Arme und Bedürftige. Für Arme und Bedürftige. Ich lade dich ein, dass du bereit bist, auch Arme und Bedürftige zu unterstützen und das erklärt Jesus in dem Gleichnis in Matthäus Kapitel 25, Abvers 31. Hier drin ist auch das Prinzip der Saat und Ernte. Wenn du den Armen und wenn du den Bedürftigen gibst, hast du eine Saat gesät und die Bibel sagt, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Und wenn du eine gute Ernte erleben willst, will ich dich einladen, dass du eine gute Saat sähst und dass du nicht vergisst auch die Armen und Bedürftigen. Der nächste Punkt, den ich dir weitergeben soll, ist, Jesus sagt zu dir, verschließe deine Ohren für die Nachrichten der Angst und höre auf meine Stimme als den guten Hirten. Und er steht in Johannes Kapitel 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich will dich ermutigen, dass du deine Ohren zumachst für die ganzen Angstnachrichten, für die ganzen demotivierten, zukunftszerstörenden, hoffnungszerstörenden Nachrichten und dass du deine Ohren aufmachst für den guten Hirten. Und die Bibel sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Du kannst Gottes Stimme hören, du kannst das Wort Gottes lesen, du kannst seine Stimme hören und bitte mach deine Ohren zu für das Falsche, mach deine Ohren auf für das Richtige. Das entscheidet über die Zukunft in deinem Leben. Das nächste, was Jesus mir gegeben hat, ist, mein Volk soll stark und mutig sein und sich nicht fürchten. Er hat mich erinnert an Joshua Kapitel 1, Vers 9 und da steht drin, habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig. Erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Die Verheißung ist, Gott ist immer bei uns, Jesus hat verheißen, ich bin alle Tage bei euch, bis zur Vollendung der Zeit, Alter, in Matthäus 28. Und hier erinnert Jesus dich und sagt dir ganz bewusst zu, bitte sei stark und mutig und fürchte dich nicht. Das hat er schon im alten Bund, Gott hat es schon im alten Bund gemacht, Jesus im neuen Bund genauso. Und es ist so wichtig, dass wir kein Geister Angst zulassen. Angst ist ein Geist nach 2. Timotheus 1, 7. Und wir haben aber kein Geister Angst bekommen, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Über den Medien kommt ein Geister Angst weltweit auf die Braut Jesu und versucht, die Braut Jesu gefangen zu nehmen. Durch diesen Geister Angst kommt ein Schrei nach dem Retter. Wer kann uns befreien davon? Und das ist die Vorstufe vom Antichristen. Und ich lade dich ein und will dich wirklich ermutigen da drin, lass dich nicht eins machen mit dem Geister Angst. Denke nicht in Angst, rede nicht in Angst, sondern sprich, was das Wort sagt. Sprich nicht, was die Welt sagt, sprich, was das Wort sagt. Und ja, ich möchte dich ermutigen mit dem nächsten Punkt. In Offenbarung Kapitel 3, Vers 11 sagt Jesus oder sagt die Offenbarung hier. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Und so möchte ich ermutigen, Jesus kommt bald. Er kommt schnell. Und für uns ist wichtig, dass wir festhalten, was wir haben. Den Glauben, die Hoffnung, die Beziehung zu Jesus, die Verheißungen, die Visionen, die Gott gegeben. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Ich will dich im Himmel wieder sehen. Vielleicht haben wir uns noch nie getroffen auf dieser Erde. Aber wir werden uns sowieso eines Tages für die Ewigkeit sehen, soweit du Jesus Christus dein Leben gegeben hast. Wenn du Jesus dein Leben noch nie gegeben hast, wirst du für Ewigkeit verloren sein. Bitte gib Jesus dein Leben. Dann wirst du gerettet. Und wenn du Jesus dein Leben gegeben hast, dann wartet ein Siegeskranz im Himmel auf dich. Und ich möchte dich sehen im Himmel eines Tages, nicht online hier, sondern im Himmel mit deinem Siegeskranz, mit deiner Krone. Und für wen ist das? Für die, die festhalten, was sie haben. Und da möchte ich ermutigen nach Offenbarung 3,11. Das Letzte, was Jesus mir gegeben hat, der letzte Punkt, bevor ich noch zu drei Prophetien komme. Jesus sagt mir, mein Volk soll nicht müde werden. Ich will sie stärken. Nach Jesaja Kapitel 40, Vers 31. Und hier ist das Herz Jesu für seine Braut, für seine Gemeinde, für seine weltweiten Kinder, für die Söhne und Töchter, diese Botschaft. Bitte, mein Volk, werde nicht müde. Werde nicht müde. Und ich sehe das, egal wo ich bin, im Reisedienst, Menschen werden müde und können nicht mehr. Aber die Anweisung Jesu ist, werde nicht müde. Ich will dich stärken. Ich will dich stark machen. Dich als Gemeinde, dich als Hauskreis, dich als einzelne Person, als Familie. Wie ist es möglich? Nach Jesaja 40, Vers 31. Die auf den Herrn hoffen, gewinne neue Kraft. Bitte setz deine Hoffnung nicht in die Politik oder in die Medizin oder in die Therapien. Das ist gut. Gut, aber viel, viel besser ist der Herr, der König, der Könige. Und wenn du wirklich Kraft brauchst, wenn du wirklich neue Hoffnungen brauchst, geht es nur, wenn du auf den Herrn hoffst. Dann gewinnst du neue Kraft. Und dann bist du wie so ein Adler. Mach deine Arme auf und der Wind des Heiligen Geistes führt dich hoch. Und ich lade dich ein, dass du das machst. Dann laufst du und wirst nicht ermatten oder ermüden. Dann gehst du und wirst auch nicht ermüdet werden. Und dafür lade dich ein. Am Anfang des Jahres, also 2022, habe ich gebetet, Gott, was ist wichtig für dein Leib? Was ist wichtig für deine weltweite Gemeinde? Was ist wichtig? Welche Prophetien hast du für die Gemeinde, die ich jetzt weitergeben soll? Und Jesus hat mir drei Punkte gegeben und die möchte ich dir mitgeben. Jetzt zum Schluss dieser Botschaft. Drei Punkte. Punkt Nummer eins ist Weisheit. Viele Menschen werden in 2022 Lebensentscheidungen treffen. Manche werden auswandern, manche werden sich scheiden lassen, manche werden heiraten, manche werden in bestimmte Berufungen eingehen, manche werden einen Berufswechsel machen. Manche werden bestimmte Lebensentscheidungen treffen, die sehr schwer sind und mit denen sie wirklich kämpfen werden in 2022. Ich habe gesehen, wie viele im Leib Christi Entscheidungen treffen und sie wissen nicht, wie sollen sie die Entscheidung treffen. Und Jesus sagt dir in dieser Zeit, wenn du eine Lebensentscheidung treffen musst, bitte treffe sie aus Weisheit. Du brauchst meine Weisheit und bitte mich, wenn du keine Weisheit hast, bitte mich um Weisheit. In Jakobus Kapitel 1, Vers 5 steht drin, wie man Weisheit kriegt. Wenn dir Weisheit mangelt, so bitte Gott. Und er wird dir Weisheit geben, so steht es drin. Aber zweifel nicht. Wenn du zweifelst, bekommst du nichts. Mach es bitte im Glauben und dann bekommst du Weisheit. Und ich lade dich ein, bitte treff keine Entscheidung aus Dummheit. Bitte treff keine Entscheidung aufgrund von Mammon, aufgrund von Geld. Bitte treff keine Entscheidung aufgrund der Logik. Triff bitte eine Entscheidung aufgrund der Weisheit. Und wenn du in Weisheit entscheidest, mit weisen Ratgebern, wenn du das machst, wirst du einen Weg des Lebens gehen. Und bitte triff in Weisheit die Entscheidung. Das war Punkt Nummer 1. Das Zweite, was Jesus mir gegeben hat für dieses Jahr 2022. Einige von euch werden Stürme erleben. Einige werden heftige Stürme erleben. Entweder körperlich oder im geschäftlichen oder im Familienbereich oder im emotionalen Bereich. Aber die Verheißung und die Botschaft, die Jesus mir gegeben hat für dich ist, Jesus kommt mitten in deinen Sturm hinein. Er kommt rein. Sei nicht die Jünger, die nur die Stürme gesehen haben, sondern sei der Petrus, der Jesus gesehen hat, mitten im Sturm. Er hat rumgeguckt und hat Jesus gesehen. Und ich lade dich ein, Jesus wird in deinen Sturm kommen. Jesus wird in deine Umstände hineinkommen. Jesus ist da. Du bist nicht alleine im Sturm. Jesus ist da. Aber du musst deine Augen auf Jesus setzen. Und er wird mitten im Sturm zu dir kommen. Und das Coole ist, mitten im Sturm, du wirst eine Jesusbegegnung haben. Viele Menschen warten darauf, auf eine Jesusbegegnung, Jesuserscheinung. Und ich glaube, dass 2022 ein Jahr werden wird, wo Jesusbegegnungen kommen. Aber leider kommt es mitten im Sturm. Es kommt nicht in der schönen Zeit, sondern mitten im Sturm. Mitten in den heftigen Umständen. Und Jesus ruft dich raus aufs Wasser. Dass du bereit bist, dein Boot zu verlassen, mitten im Sturm. Und du läufst. Und selbst wenn du untergehst, Jesus kommt und holt dich wieder. Er holt dich wieder hoch. Aber er möchte, dass du 2022 bereit bist, aufs Wasser zu gehen. Jesus liebt dich. Punkt Nummer 3, also welche Prophetie es mir gegeben hat. Die Herrlichkeit wird zunehmen. 2022 wird ein Jahr werden, wo die Herrlichkeit zunehmen wird. Aber nur für eine Gruppe, für die Gruppe, die auf Jesus schauen, wird die Herrlichkeit zunehmen. Und das steht in 2. Korinther Kapitel 3, Vers 18. Wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn dem Geist geschieht. Und diese Verheißung ist, wir werden verwandelt in das Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Aber wie? Indem, dass wir auf Jesus schauen. Mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Nicht auf die Probleme schauen, nicht auf die Umstände schauen, sondern auf die Herrlichkeit schauen. Und wenn du das lernst in 2022, wirst du selber verwandelt werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ich kann dir das sagen, das macht richtig Spaß, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu gehen. Aber es geht nur dann, wenn wir auf die Herrlichkeit schauen. Deswegen lade dich ein, dass du auf die Herrlichkeit des Herrn schaust, nicht auf seine Umstände. Und dann wirst du auch erleben, dass die Herrlichkeit zunehmen wird auch in deinem Leben. Das waren die Botschaften, die Jesus mir gegeben hat. Das waren die Anweisungen, die Jesus mir gegeben hat für sein Leib, für die weltweite Gemeinde, für seine Braut. Und ich lade dich ein, dass du das prüfst. Prüf einfach alles und das Gute behalte. Ich habe dir die Bibelstellen dazu gesagt. Das waren die Punkte, die Jesus mir gegeben hat. Und ich möchte enden mit einem Wort der Weisheit für die Leute, die auswandern wollen. Es gibt viele Gespräche, wo ich habe und Leute kommen zu mir und erzählen mir, die wandern dort aus und wandern dort aus und wandern dort aus. Und ich habe ein Wort der Weisheit für dich persönlich, wenn du jetzt zu der Gruppe gehörst und du denkst nach, darüber auszuwandern. Ich will dich fragen, wer ist dein Antreiber? Wer treibt dich an? Ist es Angst oder ist es der Heilige Geist? Und ich lade dich ein, dass du das selber prüfst, weil Menschen können nur sehen, was vor Augen ist. Keiner kann das sehen, was in deinem Herzen ist. Aber Gott sieht ins Herz hinein und ich möchte dich ermutigen, dass du prüfst, ist es Angst oder ist es der Heilige Geist? In Römer Kapitel 4, 8 Vers 14 steht drin, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Oder Luther tut es noch dramatischer sagen, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Kinder Gottes. Und es gibt die Leute, die durch den Geist Gottes geleitet werden oder durch den Geist Gottes angetrieben werden. Und es gibt die, die durch Angst angetrieben werden. Und ich möchte dich fragen, zu welcher Gruppe gehörst du? Angst oder der Heiligen Geist? Es gibt diese zwei Gruppen. Die eine treffen Entscheidungen aufgrund der Führung des Heiligen Geistes. Wenn sie das machen, entsteht Leben. Die andere Gruppe trifft Entscheidungen aufgrund von Angst. Und das ist 2. Timotheus 1, 7, nämlich ein Geist der Angst. Und wenn du diesen Weg gehst und eine Entscheidung triffst aufgrund von Angst, aufgrund von Umständen, wird Zerstörung zustande kommen. Dein Leben wird Tod entstehen. Wenn du aber aufgrund der Führung des Heiligen Geistes entscheidest, aufgrund der Weisheit, aufgrund des Treibens vom Heiligen Geist, wird Leben entstehen. Und ich möchte euch hier die persönliche Zeugnis meiner eigenen Familie erzählen. Familie Exler ist auch ausgewandert, vor vielen, vielen Jahren. Und damals von Russland hier nach Deutschland. Das Letzte, was wir wollten, ist auswandern. Das wollten wir gar nicht. Die Umstände haben zugenommen. Die Verfolgung hat zugenommen. Und dann hat der Heilige Geist uns getrieben. Getrieben nach Deutschland. Und meine Eltern sind gegangen, bevor ich geboren wurde. Und wir als Kinder sind hier, die meisten Kinder sind hier geboren, also meine Geschwister. Und eines Tages war ich mit meiner großen Schwester zusammen in unserem Ursprungsland, wo wir, wo meine Eltern waren, bevor sie ausgewandert sind. Und meine Schwester hat sich alles angeschaut. Zum ersten Mal hat sie die ganze Atmosphäre da gesehen, die ganze Umstände. Kam nach Hause und hat meinen Eltern gedankt und sie geküsst und gesagt, danke, dass ihr das gemacht habt, dass wir heute in diesem, diesem guten Leben mit Jesus hier leben dürfen. Und ich möchte dich ermutigen, dass eines Tages werden deine Kinder sich dir danken für die Entscheidung, die du getroffen hast, aufgrund der Führung des Heiligen Geistes. Und wir als Familie Exeter sind gesegnet. Das Missionswerk ist gesegnet, weil dadurch ist das Missionswerk gestanden hier. Das, was du gerade zuschaust, ist dadurch, weil die Führung des Heiligen Geistes zustande kam und Leben zustande kam und eine Gemeinde entstanden ist. Und viele Missionare ausgesendet wurden und Tausende sich bekehrt haben durch diesen Dienst. Und ich lade dich ein, wenn du eine Entscheidung triffst in diesem Jahr, bitte triff sie aufgrund der Weisheit. Dadurch kann Leben entstehen für Tausende. Und wir erleben das für Tausende. Und wenn du aber eine Entscheidung triffst aufgrund von Angst, dann entsteht Zerstörung. Und so möchte ich enden mit dem Punkt, bitte prüf deine Motivation. Bitte mach das, weil das hat Auswirkungen nicht nur auf dich, auf deine ganze Familie und auf die nächsten Generationen. Und sprech bitte mit guten, weisen und geisterfüllten Ratgebern. Und ich lade dich ein, dass du das ernst nimmst, was Jesus hier für seine Braut gesagt hat. Und vergiss niemals, du bist höchst begünstigt, tief geliebt und mächtig gesegnet.